Hallo, ich bin André Balmöder, bin 17 Jahre alt, mache KV-Ausbildung bei United und spiele E-Sockey. Dort bin ich unterteilt, wo es im schnellsten Mannschaftssport der Welt eine Action garantiert. Damit man die Checks überhaupt körperlich einstecken kann, muss man viel neben mir trainieren. Als Überraschung zeige ich euch jetzt mein Geheimnis, wie ich trotz Corona an meiner Form arbeiten kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach diesen Trainings-Einheiten erhole ich mich dann gerne zu Hause. Wohnhaft bin ich in Dallica, einem alten Bauernhaus mit viel Platz rundherum. Den nutze ich unter anderem auch, um mit dem Hund der Grossmutter zu spielen. Hier sieht man mich in meinem Zimmer, gerade beim Schneiden dieses Videos. Um das Video abzurunden, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar fremde Inputs zu meiner Person liefern. Ich finde, Andrin trifft schnelle Entscheidungen auf dem Eis. Ich sollte stärken bei Andrin, definitiv bei seinem Ehrgeiz und seinem kämpferischen Einsatz. Für mich ist Andrin zielstrebig, hilfsbereit und freundlich. Andrin ist ergeizig, teamfähig und hilfsbereit. So, das war es von mir. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Jetzt kommt mir immer wieder zu viel Zeit.